So, jetzt haben wir noch ein Konzept, was wir uns schon lange mal angeschaut haben, das ist nämlich der Liner 4-2. An sich grundsätzlich mal nicht unsere Sache, aber mit Sicherheit ein interessantes Konzept, mit dem wir uns auch mal auseinandersetzen wollen. Ossi ist einverstanden, dann geht's los. So, hier haben wir den Liner 4-2 und da seht ihr schon die Daten, der ist jetzt auf Iwico Tail-Lead mit Doppelachse, den gibt es zwar auch auf Fiat, aber dann haben wir keine Zuladung mehr, Länge 7,85, das kennen wir also in unserem Bereich und 3,12 Zentimeter Höhe, das könnte man noch vertragen und der kostet jetzt hier, wie er so steht, 271.000 Euro. Also, der hat schon im Grundpreis 196.000 Euro, also da muss man schon einiges zugeben, wenn man sich das Fahrzeug leisten will. Aber wir schauen jetzt mal rein, zumal wir hier, wenn man schläft, auch wohl ein Aussichtsfenster haben. Wir haben nämlich mit so einem Liner-Fahrer heute schon mal gesprochen und das ist Liner 4-2 für die Ossi und für mich. Also, da haben wir schon mal eine Außenklappe zum Beladen des Fahrzeugs. Und hier kann man ganze Sprudelkäste reinstellen, dass man dann hier von innen die Flasche rausholen kann. Okay, irgendwo muss der Arbeits aufgehen. Dann haben wir die Heckgarage, die geht nach oben auf, das ist normalerweise auch nicht so schlau, ja. Weil wir da drunter stehen muss, auf der anderen Seite wird man nicht nass, wenn man da drunter arbeitet. Jeder Vorteil hat seinen Nachteil, aber ihr seht, ich kann da drunter stehen und das ist kein Problem. Für uns wäre die Garage jetzt etwas schmal oder irgendwie unpraktisch, aber das ist halt, weil die Sitzgruppe da oben drüber ist. Ja, genau. Und hier ist jetzt eingezeichnet, dass man hier für das Fahrrad irgendwie... Ah, jetzt habe ich das erst verstanden, drum ist hier eine Kuhle. Aha, da ist eine Kuhle. Also da muss dann das Fahrrad mit dem Lenker nach vorne und dann kann man das hier in die Kuhle absingen, ja. Oder? Ja. So habe ich das jetzt glaube ich verstanden. Genau, ja. Ja, okay. So wird das sein. Also, Gimmick wieder. Ja. Ja. Heckpartie natürlich mit Fenster. Ja. Und mit Kamera. Das nennt sich I 53, das Fahrzeug. Ich mache nichts, ich habe den Ton von vorne. So und da sieht man es hier. Weißt du was ich irgendwie ein bisschen als Nachteil von solchen Klappen sehe? Nee. Wenn man jetzt irgendwo auf einem Stellplatz ist oder neben einer Hecke, da muss man also minimum so weit weg sein, dass man die aufmachen kann. Ich glaube aber eh, wenn man die paar Räder rausholt, bis wir eh einen gewissen Abstand haben. Ja, aber jetzt auf der Seite. Ja. Hier holt man die Räder ja nicht so oft raus. Und ich meine, bei uns geht ja die Tür normal auf. Ja. Also da kann man es ja auch, wenn man dann etwas enger am Rand steht, immerhin die Tür dann vielleicht nur einen Spalt aufmachen. Das geht auch nicht. Das sehe ich hier jetzt eventuell ein wenig als Nachteil. Ja, aber auf der anderen Seite so viel Abstand sollte jeder zu einem Nachbarn haben, dass die sich hier... Ja, aber wir sind auch schon oft genug irgendwo an einer Hecke oder irgendwo gestanden, wo man nicht so einen weiter Abstand hatte, oder? Für alle Eventualitäten funktioniert es halt nicht. Ja. Da haben wir jetzt die Klappe für die Toilette. Schauen wir mal, ob die offen ist. Nein, die ist natürlich zu. Das wäre jetzt mal interessant, weil das war auch nicht so optimal jetzt bei dem letzten Fahrzeug. Da war nämlich ein bisschen... Das war dann irgendwie ein wenig schräg. Ja, das war ein wenig schräg drinnen. So, und hier kann man auch schön einladen. Also von außen lässt sich das wunderbar beladen. Ja, da kann man auch ganze Käste wahrscheinlich herstellen oder so. Ja, und lange Sachen. Ja. Wie so Stand Up Paddles und solches Zeug wahrscheinlich. Was wir ja nicht benötigen. Nein. Aber... Manche von euch vielleicht schon. Ja, und was man hat, das haben wir, auch wenn man es nicht braucht. Nicht, muss es. So, wir schauen auf jeden Fall jetzt mal ins Fahrzeug rein. Ja, Helle, hast du es ja schon gemütlich gemacht. Super. Sehr bequem. Man kann... Ich ziehe mir da meine Schuhe aus. Man kann da hier sich hinlegen, wie zu Hause. Und da kann man in Ruhe Fernsehen schauen. Super. Ähm, der Fernseher ist da. Von deiner Position kannst du kein Fernsehen schauen. Ah, da ist er. Ja, aber vielleicht kann man den Fernseher ja auch drehen. Ne, und den ich schauen. Man kann da... Ja. Man kann da auch sich seitlich hinlegen. Da kann man auch Fernsehen schauen. Ich probiere das gleich einmal aus. Das ist ja wichtig. Wir schauen zwar nicht so viel, aber... Wenn wir mal schauen, dann wollen wir es ja bequem haben. So. Ach, das geht auch ja. Wunderbar. Dach also sehr gemütlich. Die Sitzgrube hinten ist einfach gemütlich. Ja, da kann man auch sagen, was er wieder macht. Es ist schön. Und für vier Personen ist es. Da hinten sind Sicherheitsgurte. Da kann man dann auch andere anlegen. Und das kann man dann auch sicherlich zum Bett umbauen. Vermutlich, ja. Ja. Also schön gemacht. Ja, was mir gefällt, ist natürlich die Küche. Die ist groß, hat einiges an Ablagefläche und sieht gut aus. Ist schön. So, das Ganze ist natürlich auch schön wohnlich. Durch das, dass hier dieser Wohnbereich so abgeteilt ist mit der Küche, da lässt sich schon gut aushalten. Was haben wir hier? Da ist... Das ist die obligatorische Kaffeemaschine. Jawohl. Da haben wir noch ein Gimmick entdeckt. Die lässt sich halt so ausfahren. Also das ist vertu, wenn man viel Besuch hat. Aber es ist auch vertu, wenn man sich fühlen will wie zu Hause. Eigentlich haben wir da mehr Sitzplätze als zu Hause auf der Couch. So sieht es aus. Und die Küche natürlich. Ja, die ist natürlich schon wieder sehr, sehr schön. Mach mal den... Da ist die obligatorische Kaffeemaschine. Ja, ich weiß nicht, warum da immer eine Kaffeemaschine drin ist. Das ist Kartago-Stein. Die wollen die so. Ja, sieht so aus und wahrscheinlich wollen es dann halt doch auch viele Kartago-Fahrerinnen. Das heißt, die... Hoppla, das war die Zentralverriegelung für die... Ah, für die Küche. Für die Küche. Ja, also die hat Zentralverriegelung. Das sieht man hier. Da geht nichts mehr auf. Okay. Alter, das ist doch mal ein Gimmick, ja. Zentralverriegelung. Da muss man halt immer dran denken, bevor man abfährt. Der ist auch verriegelt. Ne. Das ist kaputt. Ja. So. Das geht trotzdem auf. Das sind nur die Schubfächer, Helmut. Das sind nur die Schubfächer, ja. Okay. Okay. Also. So, da ist das Paneel. Das hält auch nicht von alleine. Auch das sollte halten. Vielleicht ist da was zum Nachstellen, oder? Das ist wahrscheinlich... Muss nachgestellt werden, denn das sollte da eigentlich halten. Ja, klar. Das müsste da drauf hängen bleiben. Und da ist... Muss eingestellt werden. Das ist klar. Da guckt ein Haufen Leute rum. Ja. So, dann schauen wir mal vor. Ja. Und die Betten sind jetzt halt da oben. Ja. Und die Betten muss man da runterziehen. Jetzt schauen wir doch mal wie das geht. Nein. Ach halt. Da muss ich erstmal in die Dusche. Da oben ist ein Duschkopf. Aber keine Kleiderstange, wie ich jetzt hier sehe. Also mal ein nasses... Milliarden nasses Shirt oder irgendwas aufhängen. Was nicht vom Waschen richtig trocken ist, geht hier nicht. Machen wir hier. Tolle D. Ja, die ist natürlich riesig. Die ist riesig. Boah. Auch mit Doppeltür? Nein. Auch mit Spiegel. Oh ja. Ja. Das ist schön mit dem Spiegel. Kann man sich dann selber beobachten? Nein, das ist zum Anzieher. Ach so. Und ein großer Kleiderstange ist da. Ja. Den kann man lassen. Der ist akzeptabel. Und hier haben wir noch Schränke, wie zu Hause. Hoppla. Hoppla. Da wäre ich jetzt fast... Schaut mal. Hier ist eine Stufe. Ja. Da wäre ich jetzt fast drückwärts runtergepfotselt. Halt doch. Hier geht es auch noch mal runter. Uiuiuiuiuiuiuiui. Da muss erst die Verriegelung aufmachen. Hier. 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 Ja. Okay. Da kann man das Fahrerhaus total abtrennen. Ja. Halt. Mach es richtig. Richtig. Ja. So. Und dann... Ah, das ist jetzt das Bett. Ich weiß nicht, lass es mal lieber... Wir lassen es aber runter. Äh... Ich weiß ja, aber auf... Da fragst du nichts um Längen. Auf... So, das ist das Bett. Ja. Die Liegefläche ist groß. Und wenn man mit dem Kopf hier liegt, dann hat man auch ein Fenster zum Rausschauen. Mhm. Da muss man ja eigentlich... Ne. Guck mal. Hier ist aber sogar nur der Fernseher hier. Ja. Also... Ich weiß nicht. Ich wäre jetzt aber automatisch mit dem Kopf nach da... Also nach hinten auf die Sternseite. Wäre ich auch. Mhm. Aber ob das richtig ist, ist die andere Frage. Ja. Denn hier ist auch der USB-Stecker. Hier ist auch das Ablagefach. Mhm. Hier ist das Ablagefach. Mhm. Hier ist der USB-Stecker. Und hier ist das Fenster halt so offensichtlich. Also gemütlich im Bett fernsehgucken ist in dem Fall nichts. Muss man sich dann immer wieder umdrehen. Ja. Ja. Das ist halt... Also... Baumarkt bedingt so. Aber zumindest kann man zum Fenster rausschauen. Also ich würde sagen, das ist kein Fahrzeug für uns. Außerdem hätte ich nicht Lust, jeden Abend die Betten runter und am anderen Tag wieder hochzulassen. Ja. Aber du kannst... Du brauchst da gar nichts machen. Das heißt, da braucht man gar nichts machen. Du musst umbauen. Du musst auch die Sitze erstmal umstellen und dann musst... das Knöpfchen drücken. Ja. Also... Nicht meins. Damit auch nicht meins. Wenn die Aussie nicht schlägt, dann schlafe ich auch nicht. Unterleins will ich nicht. Nein. Also mit zwei Autos können wir uns nicht leisten. Nein, wollen wir ja auch nicht. Nein, wollen wir nicht. Also die Dusche ist etwas größer. Was heißt größer? Mit der Dachberegelung, also das brauche ich eigentlich nicht. Ne, da wäre eine Kleiderstange eigentlich besser gewesen, würde ich sagen. Ja. Oder? Also... Ach, so. Habt ihr ins Klocher reingeschaut? Na ja, habe ich doch gesagt, das ist riesengroß. Ja, gesagt, aber hast du es dann gezeigt? Ja. Der hat übrigens dann auch vermutlich ein VK-Tankumbau-System. Lass mal. Lass mal. Geht das in. Ach, jetzt. Zeig mal drauf. Jetzt weiß ich, warum das ist. Warum hier so ein Schloss ist. Denn wenn man hier die Tür zu macht und man steht eventuell ein wenig schräg, dann geht die ja wieder auf. Und also braucht man hier ein Schloss zum Zudrehen. Jetzt habe ich endlich mal das System begriffen, warum man in einem Wohnmobil die Türen abschließen kann. Braucht man das? Ja, man hätte das ja auch mit Türgriff irgendwie machen können. Dass man das so wie es hier ist, auch so gestaltet, oder? Ein bisschen komisch. Ja. Aber okay. Wem es gefällt. Ein ganz besonderes Konzept. Ja. Beim Liner Fortu stehen wir jetzt vor dem gleichen Problem wie beim 4,9. Auch da ist die Jalousie nicht elektrisch. Das verstehe ich gar nicht, ja. Ich krieg's. Aber wir wissen nicht, ob es ja als Zubehör... Also das geht. Wir sagen mal runter. Aber hoch? Ich weiß es nicht. Ich hab da totale Probleme. Ich finde keine gute Lösung. Liebe Verkäufer von Kadago, seien uns nicht böse. Wir hinterlassen das Fahrzeug so. Bevor wir was abbrechen, lassen wir es lieber so stehen. Ihr könnt damit besser umgehen. Ja. Also das sollte natürlich bei so einem Fahrzeug, was dann schon an die 270.000 Euro geht, sollte das dann schon elektrisch dabei sein, oder? Das ist ein stolzer Preis für so ein Fahrzeug, ja. Ja, ja. Da steht auch ein E-Liner, der für uns aus einem anderen, aus Gewichtsgründen nicht in Frage käme. Aber da zeigen wir euch mal, wie die Jalousie funktionieren könnte. So, damit wir mal sehen, wie das normalerweise bei jedem Kadago gehen sollte. Firma Kadago. So sollte es bei jedem gehen, zumindest gegen Aufpreis. Das elektrische Frontrollo ist beim Modell E-Line serienmäßig verbaut. Beim Modell 4.9 ist es nicht einmal gegen Aufpreis erhältlich. Ob man es beim Liner 4.2 einbauen lassen kann, wissen wir nicht. Tatsache ist, dass die Außenmarkise, die man im Winter gar nicht und sonst ab und zu mal braucht, elektrisch bestellt werden kann. Das elektrische Frontrollo, das man täglich mindestens zweimal benutzt, jedoch nicht. Den Sinn dieser Zubehörpolitik konnten wir nicht erkennen. Also man braucht den Finger gar nicht auf dem Abzug lassen, sondern nur einfach einmal draufdrücken. Das wäre eine echte Alternative. Ja, aber das gibt es leider nicht mit Aufpreis. Nicht mal gegen Aufpreis. Ja. 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 Gibt es dieses Geräusch bei euch auch? Finde ich jetzt eigentlich auch nicht gerade prickelnd. So ist es schön, das hätte mir gefallen. Damit könnte ich gut leben. Also der Liner von 2. Liner 4.2 ist auf Iveco Daily und das wollen wir so und so nicht. Wir haben uns auch erkundigt und so um die 15 Liter braucht der in jedem Fall. Der lässt sich auch auflasten und da sind wir zu Sparfüchse. Wir fahren sehr gerne Autos und wir müssen keine 15 Liter pro... Zumal wir ja viel fahren. Wir fahren eben extrem viel. Der Mercedes Motor haben uns sagen lassen, der kommt mit locker 10 Liter zurecht. Schatzkeiser. Dann mit Aplu. Ja. Und hier 15 Liter. Also das ist schon... Das merkt man dann schon mit der Zeit. Ja. Das geht in der Gelbbeute. Ja und das brauchen wir eigentlich nicht. Nö. Außerdem sagt mir das Konzept jetzt nicht so zu. Es ist für uns nicht geeignet. Es ist ein schönes Konzept. Und vor allen Dingen, wer lang irgendwo stehen will, der hat ein richtig bequemes Sofa. Aber es ist nicht unser Stil, wie wir Wohnmobil reisen. Klar, wenn man länger steht, dann macht man das Bett vielleicht nicht jeden Tag hoch und runter. Ja. Also ein tolles Konzept, würde ich trotzdem sagen, aber für uns nicht geeignet. Genau so ist es. In diesem Sinne, Kurzvorstellung, Liner for Two. Wer sich Interesse hat, wer Interesse daran hat, kommt hierher zu Kartago City. Da habt ihr alle Zeit und alle Ruhe, euch alles von Kartago ganz relaxed anschauen zu lassen und gleich ein Angebot ausstellen zu lassen. Und wer nicht weiß, wo Kartago City ist, das liegt in Auledorf in Baden-Württemberg. Genau. Kurz hinterm Bodensee. Nördlich vom Bodensee. Bietet sich dann an, in der Bodensee-Region oder Oberschwaben-Region Urlaub zu machen. Oder Stadtführung in Konstanz. Oder, oder, oder. Gibt so viele Möglichkeiten. Also, jetzt reicht's. Bis dann. Ciao. Das war der Liner for Two. Und einen Daumen bitte nicht vergessen, wenn es euch ein bisschen gefein hat. Und wenn es euch nicht gefein hat, gibt es auch einen Daumen. Ja, genau. Tschüss. Schöne tea. Schöne tea. Schöne tea. Dewish jordem.